Stefan, freut mich, dass du dich heute zur Verfügung stellst auf der ITSA. Wir haben ein paar kurze Fragen und würden uns gerne von Partnern noch Feedback einholen zur Zusammenarbeit. Wie gesagt, Netatwork ist seit länger dabei und ich hoffe, ihr habt da was zu sagen. Ich denke, was uns interessiert oder was sich vor allen Dingen die Kunden interessiert, mögliche zukünftigen, in welcher Beziehung arbeitet ihr mit GlobalSign zusammen? Wir sind aktuell Service Provider für GlobalSign. Das heißt, wir haben die ePKI von GlobalSign in unser Produkt integriert und können somit auf automatisierter Basis Zertifikate ausrollen, die das kaufen lassen müssen. Und du hast es gerade schon angesprochen, die ePKI, das ist die Lösung, die ihr vom GlobalSign verwendet. Kannst du da ein bisschen ins Detail gehen, was die euren Kunden an Mehrwert bietet? Ja, also vor allem der starke Automatisierungsgrad ist hier her vorzunehmen. Wir können auf Basis von Active Directive-Möglichkeiten sehr einfach, sehr schnell, sehr viele Zertifikate ausrollen. Junst haben wir erst bei den Kunden über 3000 Zertifikate in sehr kurzer Zeit automatisiert ausrollt. Und das war für den Kunden schon sehr starker Mehrwert, weil ich einfach sehr großes Zeitersparnis hatte und eine vertrauenswürdige Zertifikate hatte. Allgemein, in wenigen Worten, was sind die wirklich allgemeinen Vorteile von eurer Zusammenhalt mit GlobalSign für eure Kunden? Wir haben einen sehr starken Partner, der weltweit agiert an der Hand. Wir haben sehr vertrauenswürdige Kunden, die wir gut an den Markt bringen können. Das sind so wesentlich neue Vorteile. Möchtest du noch irgendwelche Erfahrungen teilen, die ihr schon mit GlobalSign gemacht habt, über die Zusammenarbeit? Wir sind ja schon sehr lange Partner mit und die Erfahrungen, die wir so machen können, ist halt ein sehr schnelles, sehr agiles Team auf beiden Seiten. Das heißt, wir können auch unsere Erfahrungen mit Entwicklungsdingen bei GlobalSign einbringen, auf die durchaus auch Wert gelegt wird, das zu hören oder auf uns platzen. Und das macht uns Spaß, weil auf beiden Seiten agile Menschen zu wissen, dann macht auch die Arbeit Spaß. Ja, wie gesagt, uns macht die Zusammenarbeit ebenso Freude. Wir sind froh, euch als Partner zu haben. Es hat immer gut funktioniert, wo immer wir zusammengearbeitet haben. Von daher möchten wir uns sehr dafür bedanken, dass ich den Fragen gestellt habe. Sehr gerne. Und wir freuen uns auf die weiteren Zusammenarbeit. Wir uns auch. Danke für Ihr Interesse an GlobalSign. Weitere Videos über Cybersicherheit, Identitäten und PKI finden Sie über die Links auf dem Bildschirm. Um keine aktuellen Videos zu verpassen, vergessen Sie nicht, unseren Channel zu abonnieren oder uns auf Social Media zu folgen. W Listen. Katze Videos. Und, um... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020